Ja, das nächste Stückchen, das wir für euch mit dabei haben, handelt von etwas, das ihr heute hier auch erleben dürft, von einem Ritterturnier. Jetzt ist es ja so gewesen im Mittelalter, da sind die Ritter aufeinander zugeritten mit Pferden, haben versucht sich gegenseitig aus dem Sattel zu stoßen. Ja, so ungefähr, die kleinen Ritter, die das noch nicht so gut beherrschten, die hatten zunächst mal ein Übungsgerät an die Hand bekommen, einen sogenannten eisernen Roland und jenem eisernen Roland wollen wir nun ein Stückchen spielen, wie der wackere Roland zu Felder ritt und den schwarzen Ritter aus den Stiefeln tritt. Ja, so ungefähr. 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 Ja, circa. Ja, so ungefähr. Ja, so ungefähr. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020